Jetzt hat sich herausgestellt, dass wir noch ein Problem haben an unserem Campervan und zwar leckt der Abwassertank. Und zwar nicht immer, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Also es scheint so, als ob es ein Druckproblem gäbe. Das heißt, wenn besonders viel Abwasser drin ist, dann leckt er erst. Wenn nicht, dann ist der Druckhalt nicht groß genug. Ich zeige euch das mal. So, da muss ich da mal drunter krabbeln. Da ist die Lake. Okay, da ist es. Und das ist eindeutig von diesem Verschlussdeckel. Dieser Deckel ist undicht. In diese Richtung. Welche Richtung geht das? Ups. Das ist in die falsche Richtung. Ich gehe. Und hier haben wir kleine Besucher gerade. Putzig. Aber ich schweiße ab. Komm schnell. Ich gehe. Ja, ja. Gut, schauen wir mal. Also, so wie es aussieht. Eine Dichtung ist jetzt hier zwar dran, irgendwie sowas. Ziemlich dreckig. Und die dürfte undicht sein. Ich denke mal, Vaseline einfach drauf und das war es dann, oder? Was meint ihr? Okay, ich habe das Teil jetzt sauer gemacht und getrocknet. Und jetzt kommt ein wenig Vaseline drauf. Vaseline drauf. Richtig schön verschmieren. Dann wird das schon so halten. Jetzt kann es rein. Das Ganze mache ich hier auch von innen sauber. Da ist natürlich auch jede Menge Dreck drauf. Und das leitet das Wasser auch. Dann mache ich jetzt den sauberen Deckel drauf. Richtig schön fest. Ich hoffe, das hält. Gut, dann raus hier. Ach übrigens, wie findet ihr mein neues Gemälde hier? Und da sind Jude hier. Okay, dann weg. Untertitelung des ZDF, 2020